Hey, es gibt ja was, das gehört für uns alle dazu. Wir nennen es den Kodex, erklärt im Nu. Nummer 1, geh bitte gut mit mir um. Ich wünsche mir Respekt und weiß auch warum. Ich möchte dir vertrauen, lass es dir erklären. Achte meine Rechte, als wenn es deine wären. Nummer 2, komm dir nicht zu nah. Halte bitte Abstand, wie nah ich dir sein will, hab nur ich in der Hand. Ich bestimme selber über Nähe und Distanz. Anmache, Grabschen, null Toleranz. Let's go. Nummer 3, ich bitte dich, fair zu mir zu sein. Kann ich dein Handeln verstehen, dann groove ich mich mit dir ein. Sei bitte ehrlich, ich brauche Klarheit. Soll ich dir vertrauen, bleib bei der Wahrheit. Bleib bei der Wahrheit. Yes. Nummer 4, keiner wird hier diskriminiert. Also schreite sofort ein, wenn es jemand probiert. Pass auf, dass keiner einfach meine Grenzen verletzt. Wir sind aktiv gegen Gewalt, weil jeder hier jeden schätzt. Das ist der Kodex. Halt dich daran, denn mit Achtung und Respekt fängt alles an. Unser Kodex. Yes. Da stehen wir zu, zusammen auf Augenhöhe und im Zentrum stehst du. Das ist der Kodex. Die Basis unserer Gemeinschaft. Wir zählen auf dich, zeig uns deine Bereitschaft. Der Kodex. Yes. Das sind unsere Gebote. Quasi unser aller täglichen Brote. Aha. Nummer 5. Ich bitte dich, beschütze mich. Wenn ich Schutz brauche, wende ich mich einfach an dich. Du bist verantwortlich für mein Wohl. Sei bereit, wenn ich mir bei dir Hilfe hole. Hilfe hole. Hilfe hole. Nummer 6. Du musst die Regeln kennen aus dem FF. Also mach dich klug. Du bist zwar hier nicht der Chef, aber du musst fit sein. Der Kodex ist so wie dein Hürde. Weil er dir, wenn du ihm brauchst, immer helfen wird. Yeah. Hört gut zu, denn jetzt bin ich dran. Nummer 7. Es gibt Dinge, die sind fast unsagbar. Und wenn ich trotzdem drüber spreche, dann klingt es hart klar. Wer übergriffig wird, ist nicht nur untragbar. Wer übergriffig wird, macht sich strafbar. Trafbar. Nummer 8. Sage Stopp, wenn jemand meine Grenzen verletzt. Sage Stopp, wenn jemand mich nicht wertschätzt. Denk dran, dein Gehirn einzuschalten. Und hilf mit, alle Regeln einzuhalten. Das ist der Kodex. Halt dich daran, denn mit Achtung und Respekt fängt alles an. Unser Kodex. Yes. Da stehen wir zu. Zusammen auf Augenhöhe. Und im Zentrum stehst du. Das ist der Kodex. Die Basis unserer Gemeinschaft. Wir zählen auf dich. Zeig uns deine Bereitschaft. Der Kodex. Yeah. Das sind unsere Gebote. Der Kodex in der Jugendarbeit. Unser täglich Brot. Yeah. Der Kodex in der Jugendarbeit. 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 Und im Zentrum stehst du. Vielen Dank.